Es gibt keine größere Ehre, als dem Tod furchtlos ins Auge zu blicken. Alle, die den Namen Medada kennen, respektieren und fürchten das Oberhaupt der Familie. Am Besser. Als noxianische Generalin verkörpert sie eine tödliche Kombination aus rücksichtsloser Stärke und furchtloser Entschlossenheit im Kampf. Ihre Rolle als Materialchen ist nicht anders. Sie muss sehr gerissen sein, um die Medadas zu stärken, während sie keinen Raum für Versagen oder Mitleid zulassen kann. Am Besser macht sich die gnadenlosen Wege der Wölfe zu eigen und wird alles tun, um das Erbe ihrer Familie zu schützen, selbst auf Kosten der Liebe ihrer eigenen Kinder. Die Welt kniet nieder vor den Medadas. Am Besser kommt aus der Region Noxus, nimmt im Spiel die Rolle des Kämpfers ein und das ist ihre Hintergrundgeschichte. Das sollte interessant werden. Am Besser. Die Materialchen des Krieges. Am Besser Medada wurde in eine der mächtigsten Familien des modernen Noxus hineingeboren und war vielleicht schon immer zu großem bestimmt. Ihre Familie zählte nicht zu den alten Adelshäusern, doch seit der Gründung des Reiches hatten sie sich immensen Respekt und Einfluss verschafft. Und die Junge Am Besser kam schon früh mit dem Blutvergießen in Berührung, als sie sah, wie Vergelter ihr Leben für die Chance auf Ruhm in den Arenen riskierten. Obwohl sie zu jung war, um den Nervenkitzel des Kampfes selbst zu erleben, studierte sie jeden Kampf und verinnerlichte jeden Zug. Nach der Schlacht von Hildenath schickte ihr Vater sie, um die Klingen der gefallenen Soldaten zu sammeln. Obwohl sie noch ein Kind war, wandte Am Besser nicht ein einziges Mal ihren Blick von dem Tod und dem Gemetzel um sie herum ab. Und am Ende des Tages wusste sie, dass der Tod nicht gefürchtet, sondern respektiert werden muss. Opfer zu bringen, war eine noble Sache. Großartigkeit verlangte danach. Der Familienkodex der Medarda, der seit ihren Anfängen als Händler an der Küste von Shurima über Generationen weitergegeben wurde, vertritt die Tugenden des Wüstenfuchses und des furchterregenden Wolfes aus der Legende. So war es nicht verwunderlich, dass Am Besser sich für ein Leben als Soldatin entschied und die Erinnerungen an die Lektionen ihrer Kindheit immer mit sich trug, indem sie andere an die Ideale von Familienehre und entschlossenem Handeln erinnerte. Sie war eine stolze Tochter des Hauses Medarda, eine geborene Kriegerin, die schon bald als Generalin mehrere Kriegstrupps befehligte und eindeutig zu den Lieblingen ihres Großvaters Menelik gehörte. Und doch war sie so viel mehr, eine Frau, eine Geliebte und eine Mutter. In ihrem Hunger auf das Leben ließ sich Am Besser nichts entgehen. Aber in dem Moment, als sie ihren Sohn Kino zum ersten Mal im Arm hielt, verstand sie endlich, was es bedeutet, sich jemandem bedingungslos zu widmen. Und damit auch das Potenzial für tiefe Enttäuschungen. Obwohl sie ihn innig liebte, war ihr klar, dass Kino nie die Stärke eines Kriegers in seinem Herzen haben würde. Kurze Zeit später wäre Am Besser bei der Verteidigung ihrer angestammten Heimat Rockrund fast ums Leben gekommen, als sie mit ihrer Tochter Mel schwanger war. Als sie zwischen den Leichen ihrer Verbündeten und Feinden lag, schwebte sie nahe an der Grenze zum Tod und hatte Visionen, von denen sie nur wenigen anderen zu Lebzeiten erzählen würde. Was immer es war, das Am Besser gesehen hatte, es hat ihre Entschlossenheit und ihren Ehrgeiz angefacht. Sie würde die Welt nach ihrem Willen beugen, damit ihre Feinde keine Schwäche ihrer Kinder ausnutzen konnten. Von diesem Moment an war Am Bessas kometenhafter Aufstieg nicht mehr aufzuhalten. In jeder Schlacht stand sie an vorderster Front und blickte dem Tod furchtlos in die Augen. Und mit jedem Sieg wurde sie einfallsreicher, mutiger und kompromissloser. Als der alte Menelik Medarda schließlich starb, benannte er auf dem Sterbebett keinen Erben, sodass mehrere Zweige der Familie in einen Erbschaftsstreit gerieten. Aber Am Besser wusste, dass die anderen nur verzweifelt nach Luft schnappten, während sie ihrem Schicksal entgegenlief. Sie besiegte ihre Rivalen und schwor, ein Erbe zu schaffen, das des Namens Medarda würdig ist. Sie ist es wert, dass ihre Kinder ihr nachfolgen. Als neue Materialchen begann Am Besser immer öfter von ihrem persönlichen Mantra zu sprechen. Sei in allen Dingen der Wolf. Sie duldete keine Schwäche und keinen Widerspruch in ihrer Umgebung, damit diese Schwäche nicht auf sie selbst übergriff. Sie schickte sogar ihre Tochter Mel in die ferne Stadt Piltover. Jahre vergingen, bis Am Besser Gerüchte über eine neue und mächtige Erfindung namens Hextech hörte. Und zwar von den weichgespülten Idealisten von Piltover. Am Besser war fasziniert von dieser Entdeckung und reiste zu ihrer Tochter in die goldene Stadt, um herauszufinden, ob diese Technologie der Medarda-Familie zu noch mehr Macht verhelfen könnte. Dir mangelt es an allem. Sprich nie Schlechte bei meiner Familie. Du stehst voll auf Verniedrigungen. Leider wirst du nicht lange genug überleben, um das zu bereuen. Energie DSMums MVP Code COP 10 COP 10 COP 10 Copyright Untertitel развigt recurrel zu iert ted ura 拍 frist oder Poland wenn cessors